was geht ab liebe externen freunde ja willkommen zurück zu let's play resident evil 2 mit mir und claire und sherry ist jetzt auch dabei ja wir hatten ja in der letzten woche in der letzten woche in der letzten folge wie komme ich auf letzte woche oh mein gott das wägt ja super an ja wir hatten in der letzten folge ramazama mit william bergen ja der hat uns ganz schön zugesetzt ich habe übrigens den bosskampf noch mal gemacht weil ich finde ich habe viel zu viel brandgranaten verbraucht ja und wie ist der gegen feuer immun und ja ich hab's dann mal mit säure versucht und musste feststellen das war ihnen auch scheißegal und dann habe ich gemerkt die beste taktik ist wirklich mit der pistole versuchen sein auge zu treffen ja und den kampf könnt ihr euch gerne noch mal angucken am ende des videos werde ich ihnen noch mal mit rein schneiden also wer bock hat der kann ihn dann noch gucken am ende und wer keine lust hat der es gibt dann einfach weiter ja ich habe es auf jeden fall noch mal gemacht und ich werde es dann am ende noch mal mit rein cutten und dann könnt ihr euch das ja nach bedarf reinziehen wenn ihr wollt wir haben wir waren dann irgendwie die brand munition doch ein bisschen war ein bisschen zu schade okay ich würde mich eigentlich noch um schauen jerry aber sie ist ja bis jetzt alleine ganz gut klar gekommen deswegen würde ich sagen gucke ich mich hier einfach mal ein bisschen um kurz in der hoffnung ich finde was ja auf jeden fall habe ich immer noch richtig bock auf das game sage ich euch wirklich eins meiner lieblings spiele ja ich habe es früher geliebt ich lieb es heute gut dann gehen wir mal zu sherry 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 lady so was hast du gesehen jerry ja hier brauchen wir auch eine karte nicht ohne karte kommt doch mal und es gibt sicher hier lang so bin ich mit meinem letztes mal gegangen jerry ich habe überall nach dir gesucht tapfere kleine ist einfach raus in mitten von diesem chaos auf den boden hände hinter den kopf das meinen sie nicht ernst auf den boden jetzt wieso tun sie das versteht tu es okay dann du gehorchst mir jetzt oder sie ist tot was soll dieser Mist Kindswohlbeferdung fürs erste was wollen sie mit ihr ich überhaupt nichts an ich hole meinen bruder von stars und wir wie heißt du wie heißt du verdammt Claire sherry kommst jetzt mit mir oder sagst du wohl zu Claire okay okay ich gehe sie bringen mich besser zu meiner mom natürlich hör nicht auf ihn er lügt dich an du erklärst mir nicht meinen job stopp lass mich los lass mich los offensichtlich müssen wir dir erst mal nirgendwann brechen oh ja lass mich los lass mich los ich krieg nicht du arschloch sei vorsichtig sherry ja brian irons liebe zuschauer brian irons ein lieber netter chefgenosse sowas haben die als polizeichef naja gut ab vielen dank auch also freund und helfer ja freund und helfer ich weiß nicht aber erstmal hier lang die von hier sind wir warte mal wo sind wir eigentlich ach nee wir sind ja eine leiter untergekommen das gehe ich wohl erstmal hier lang der typ kam bestimmt von hier hmm raccoon marty juni ausgabe aufgepasst herren von raccoon city wer ist der zwar gefürchtigste aber auch respektierste mann der stadt die antwort seite jeden bürger unserer schönes städtchen kennen genau polizeichef brian irons der mann der die verbrecher überall das fisch lehrt und uns sündigen bürger ein strenger vater ist chief irons ist bekannt für seinen einsatz für das weisenhaus und missbrauchte frauen den schutz von kunstwerken und den tierschutz und das ist doch nicht alles nur wenn wann schläft unser held auf nachfrage antwort chief irons mit einem sanften lächeln die stadt ist wie eine große familie ich tue für sie nur was ich auch für meine familie tun würde ich mag den nicht furchtbar das kerl ist der polizeichef ja das ist doch äh ok karo haben wir noch nicht äh werden wir hier wohl auch noch nicht lang kommen na gut dann gehen wir den anderen weg war ja Claire ist immer noch angehüttert ich warte erstmal bis ich ein grünes kraut finde oder ich werde nochmal getroffen äh ein rotes kraut meine ich oder ich scheiße seht ihr das ne ich gehe erstmal hier lang ich gehe erstmal hier lang das ist viel alter das ist viel alter das hat mir war da hat mir platz gemacht dieser welt griechen blau ist das blöd er ist ein blaues war auch ein rotes ja ja du machst das schon nein er hat mich das ist noch ein zweiter alter das ist euer scheiß ernst autopsie bericht nummer 53 477 name der verstorbenen justin hansen name des verstorbenen justin hansen männlich weiß 39 jahre alt beobachtung von personal tot im bett seiner gefängnisselle aufgefundenen hände aufgrund der leichenstarre zusammengeballt sollte bald nachlassen wahrscheinlich nach lösung des lichts verstorben der verstorbenen war ein kleptomane der mehrmals in haft saß unglaublicherweise klaute er sogar im gefängnis weiter wobei das nur seiner klinischen diagnose entspricht wie passiert da jetzt auch irgendwas fieses ja siggi alter Ich schieb den mal ganz schnell wieder rein, Alter. Der wackelt, Alter. Der wackelt. Mein Messer ist auch gleich kaputt. What? Mehr ist hier nicht. Auf der anderen Seite sind ja auch noch Leichen. Oh, der hat was. Der hat was. Das ist ja wie Ostern. Aber Ostern ist doch schon wieder... Ihhh, Scheißhaus fliegen in groß. Oh, das ist schön. Das ist doch mal was Schönes. Da sag ich doch nicht nein. Ich glaube, ich habe nämlich auch rausgefunden, warum ich so viel hitte. Ich glaube, wenn man ein rotes Kraut nimmt, kriegt man für eine Zeit lang auch weniger Schaden. Da ich immer nur grünes Kraut genommen habe, habe ich immer gut auf den Sack bekommen. Also, auf jeden Fall immer schön mischen. Ja, aber hier muss doch noch... Das ist doch jetzt nicht wahr, Alter. Das ist doch jetzt nicht wahr, Alter. Alter. Du warst ja... Du warst vom Zombie-Sacks, ja? Gibt ihm, Alter. Er lebt immer noch, Alter. Was denn das? Alter. Ekelhaft das. das hat mich jetzt richtig viel gekostet ja hier war nichts drin ist rot hier muss noch was sein was habe ich vergessen leute habe ich mich auch ausgefunden wenn der raum blau ist dann hat man alles gefunden aber wenn er rot ist ist da wohl noch was oder oder weil ich gerade in dem raum bin oder so ja aber wenn er blau ist dann ist glaube ich safe aber er zeigt er zeigt dann was rotes an also habe ich danach irgendwas vergessen ja die karte ist echt nützlich du wichser alter also nicht jetzt echt noch mal alles öffnen wir wohl noch was vergessen nein du sollst hallo genau da ist das dein ernst jetzt klar ok du schwein alter ne 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 ich hau ab muss ja hier nicht mehr rein ein karo schlüssel hier brauche ich die kurbel aber die habe ich leider nicht scheiße ich hier nicht durchkriechen kann jetzt kaschen sie mich oh nein nein man ich bin fast durchgekommen drecks fischer alter lasst mich doch einfach in ruhe alter man auch noch so ein vieh ach ja ich habe nicht gespeichert die blöde drecksau alter ekelhafte scheiß fischer ja auf dem nur muss ich da nicht noch mal rein auch da ich muss da noch was rein kobe man das nervt mich voll ich krieg jemand wird viel zu schnell ihr hittet ja gut er hat mich ja auch voll auf der wischte aber was soll denn das ja man die sind so scheiße und dann ein noch so eine kacke erzählen von wegen ja wenn du läuft was wird nix so ja langsam läuft am arsch es ist schwachsinn ist es einfach es sind einfach nur scheiß viecher so ja aber ich habe auch leider keine möglichkeit die irgendwie weg zu knallen ja alter wo war denn diese fucking leider jetzt hier da muss auf jeden fall noch mal zurück also kommt nämlich gleich noch was richtig ekelhaftes hallo leider durch blind ach so ja ich habe ich habe ich wollte nach oben weil da ich bin hallo du sollst runter ja also die liga ja dann hätten sie mal lieber mehr munition dass man die töten kann ja das wäre mir lieber als an dem vorbeizuschleichen aber du hast auch nicht wirklich munition ja für die also ich weiß nicht ob das reicht aber obwohl ich kann eigentlich werde ich auch machen also der nächste liga der mir über den weg läuft der stirbt dass mir scheißegal ja ich habe so auch so wenig zum heilen ja noch mal speichern wird sagt die uhr ein bisschen haben wir noch ich habe noch mal hier die leiter hoch ich hoffe nur die munition reicht vor allem die heilung meist mal ich besorgen um die heilung ja da kommen ja noch ganz andere fischer ja und wieso wenig ich hoffe wir uns jetzt schon heilen mussten habe ich gerade gesagt der nächste der nächste liquor stirbt jetzt habe ich gar nicht meinen granatwerfer mitgenommen aber für was schuld auf gm 79 für den granatwerfer gibt mir doch nicht blaues kraut braucht doch keine sau geht da vielleicht wenn ich mal vergiftet werde aber naja ne da war noch mal die karte vergessen ne nicht ach so ne die karte ist hier so hier komme ich jetzt rein ja hier kann ich ab kurz mal das ist ja schon mal so war so ich glaube ich mache mir mal ein blaues für den fall der felle als ich doch vergiftet werde er hat der wichser sein büro E-Mail Chief Irons, Schupfer und Umbrella, beruptes Schwein, nur. Polizeichef Irons, für Ihre unerschütterliche Untersetzung habe ich Ihnen einen kleinen Betrag überwiesen. Ich hoffe, ich kann mich darauf verlassen, dass Sie Ihre Untergebenen weiterhin überwachen, insbesondere die Überlebenden der Villa. Beseitigen Sie sie, falls nötig. Damit meint er Jill, Barry, Chris, Rebecca Chambers hat auch überlebt. Polizeichef Irons, ja und der Pilot. Ich habe Ärger mit dem Umbrella-Hauptquartier. Die Anzugsträger wollen die Früchte meiner Forschungsarbeit einheimsen. Aber keine Sorge, der Sturm wird schon bald vorbei sein. Machen Sie nur weiter, was ich Ihnen sage, dann wird schon alles glatt gehen. William Birkin, also WB steht für William Birkin. Ja, Polizeichef Irons, Sie müssen das Wachpersonal meines Labors verstärken. Ihre Handlänger sollen auf alle Verdächtigen schießen, egal ob sie getötet werden, selbst wenn es Umbrella-Mitarbeiter sind. Ich stehe kurz vor der Vollendung von Jean und ich will nicht, dass irgendein Arsch dazwischenfommt. Polizeichef Irons, erlernen Sie Ihren verdammten Job. Ich habe gesagt, dass ich mehr Wachpersonal brauche. Ist Ihnen nicht klar, wie wichtig das ist? Was das Finanzielle betrifft, so kann ich alles bezahlen, was ich eher, wenn ich erst die Macht habe, vorher nicht kapiert. Sie sind nicht unersetzbar. Ne, so eine Schweine wie Irons, Alter, findest du an jeder Ecke, Alter. Das ist wirklich ein Schwein, ja. Hier am Buche steht. So, verstanden. Habe ich noch ein einzelnes grünes, ja. So, wo ist mein Granatwerfer? Ich will Krieg. Also im Spiel, nicht in Wirklichkeit, ja. Ich will es wieder ändern, den, ist mit Tini in Ordnung. Mit mir ist alles in Ordnung, keine Sorge. Oh, Schweinebande eher. Das war eine gute Idee. Brauche ich nur noch die Waffe? Ich habe immer noch die MP nicht, ey. Ob ich kriege die bald, ja? Wäre auf jeden Fall ein Träumchen. So, gucken wir uns mal hier nochmal in Ruhe rum. Tier-Präparationstagebuch. Weiß, weder, weißwedelhöhe, schmännlich, circa sechs Jahre alt. Fangort Akleberge. Ja, Akleberge ist da, wo die Villa ist, am Teil 1, hatte ich schon mal gesagt. Länge, 1,85 Meter, Gewicht 1,60 Meter. Ist zwar gut geworden, aber ich bin diese mickrigen Viecher langsam leid. Vielleicht sollte mich mal anspruchsvollere Tiere, vielleicht sollte ich mal anspruchsvollere Tiere verwenden. Ja, oder Männchen, oder? Du kranke Schwein. Sibirischer Tiger, Männchen, circa vier Jahre alt. Fangort Region Schabarowsk. Keine Ahnung, wo das ist. Länge, 2,89 Meter, Gewicht 239 Kilo. Bin fast gekommen, als ich ihm den gelben Bauch aufgeschlitzt habe. Seine dampfenden Eingeweide herausquollen. Ich rieche immer noch nach Raubtier. Das ist das wahre Leben. Schwein, Weibchen, 22 Jahre alt. Pannenort, Fangort, Raccoon City. Schwein, rinder Schweine rum. Einziges Schwein, was da rumläuft, bist du, Irons. Länge, 1,60 Meter, Gewicht. 49,8 Kilometer. Der Körper, dieses Exemplars, ist weich, schön, komplett weiß. Der gehört mir für immer. Ekelhafter Typ. Ja, Leutis, dann würde ich sagen... Hier ist noch was. Mach ich gleich mal einen Cut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. War vorher, geh ich hier nochmal rein. Oh, ich hoffe, ich kriege die MP bald. Oh, wie war genug Mund mit der MP? Brief des Reparaturservice. Ihr Beschreibung ist elektronische Türen, Schlosses und Polizei. Chefbüro nach muss wahrscheinlich etwas ausgetauscht werden. Sie brauchen Schaltschrankteile, um das Problem zu beheben. Zum Glück ist gerade einer unserer Mitarbeiter in der Polizeistation, um die Glocke des Uhrentums zu reparieren. Wir haben ein paar Einzelteile mitgegeben und er sagt, er habe eins im Lagerraum Ost im Stockwerk 3F gelassen. Sollte etwas schief gehen oder Sie mehr benötigen, suchen Sie ihn einfach im Uhrentum auf. Wir sind Ihnen stets gerne behilflich. Mit freundlichem Gruß. Oh, ein Relev. Der Herzschlüsse. Ist aber immer noch irgendwas. Aha. Das ist natürlich... Ah, hier muss ich ja was ein jetzt. Nee. Die Schlüsselkarte. Ja, aber ich muss hier... Ich kann hier nichts machen. Ich muss hier was einsetzen. Schade. Ja, sie freut sich über die Schlüsselkarte, aber kommt nicht ran. Ist ja auch eine Logik. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, Logik wird in der nächsten Folge wieder groß geschrieben. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Lasst mir Liebe da, indem ihr liked, indem ihr teilt, indem ihr was Nettes runterschreibt. Und ja, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, wenn du nichts verpassen willst. Bis zum nächsten Mal. Euer Exian. Ich weiss. Tschüss. Pießer. Pie ister. Pießer. Untertitelung des ZDF, 2020